hallo und herzlich willkommen zur 98 folge vom ls 22 playtest mein name heißt unten links eingeblendet und ist gerade wohl was jedenfalls schön dass du persönlich wieder vorbeischaust und ein bisschen bock drauf hast mit mir hier landwirtschaft simulator zu spielen und zu schauen ja wir legen direkt mal wieder los wir haben nämlich ernte reif den weizen auffällt nummer 40 mit ganz wichtig da wollen wir gleich mal loslegen und zwar mit cosplay natürlich weil wir wollen natürlich den kurs wieder haben damit wir die ballen entwickeln können und vielleicht sogar die tolle neuerung hier anschauen können die mittlerweile angeblich drin ist nämlich dass wir die ganze schose von ballen automatisch einsammeln können das wäre in der tat für war vermuss wenn ihr mich fragt aber aus guter tradition fragt ihr mich nicht und das ist wahrscheinlich auch manchmal ganz gut so andererseits lese ich auch sehr auf den kommentaren hey danke für den typ nicht für den typ sondern für den tipp bitteschön gern geschehen so nach der wegpunkt ist natürlich falsch erster wegpunkt ist natürlich richtig abgeht die lucy ich habe vollstes vertrauen und wir holen dann mal den abfahrer ran dann nehmen wir den fendt wer wer fendt fährt führt gucken wir mal kurz auch für vorher noch mal eben joe 933 da machen wir die eben auch noch mal voll ja und ihr seht unser kontostand hat sich ganz schön minimiert nach dem sehen des zuckerrohres was nämlich ganz schön teuer war was hat der eigentlich für probleme und ich überlege jetzt ob wir den weizen ob wir den wirklich komplett verkaufen sollen oder wieder hier einlagern und die zeichen stehen doch sind die zeichen stehen doch sehr stark auf verkaufen weil wir noch 100.000 liter für die hühner obgleich wir natürlich beim letzten experiment herausgefunden haben dass es schon sehr lohnt das futter einmal durch die tiere durchlaufen und dadurch veredeln zu lassen wobei was dabei direkt herauskommt bei den tieren ist jetzt nicht unbedingt einen veredelten eindruck aber ihr wisst ja wie ich es meine hat da jemand gute laune ja es ist sonntag und aufgabe plus gerade ein herzensprojekt relauncht und ich bin immer noch ein wenig bewegt sollte man glauben bei so einem alten sturen ich bin ich alt und stur doch kleiner cheat trick wenn ihr nicht darauf warten wollt einfach abhängen das ding fährt automatisch runter bis in der realität ist auch so die meisten anhänger haben dann so wie soll ich das nennen sind so ein ablassventil dann auch noch mal gefährliches halbwissen weiter verbreitet wobei ich mir nicht ganz sicher bin weil druck auf der hydraulik da habe ich immer respekt vor muss ich ganz ehrlich sagen so das heißt nicht hier sondern da sagen wir fällt 40 beziehungsweise wir sagen hier der rescher abtanke und abfahren fällt 40 zu süd und dann können wir eigentlich schon wieder loslegen und wir haben juli das heißt das ist doch der ideale zeitpunkt um mal zu schauen was unsere stoffen geworden ist denn die needle and stitch gmbh die in frankreich einen englischen laden aufgemacht hat die hat uns hier reich beschert mit fünf paletten kleidung das sollte unseren kontostand etwas anheben wir müssen allerdings das meint wir müssen allerdings irgendwie noch hinkriegen dass wir uns für das ich weiß nicht ob der ob der häcksler oder der zuckerrohr ernte ob der das hinbekommt einen normalen anhänger zu ziehen deswegen müssen wir im hinterkopf behalten dass wir da noch mal möglicherweise dran müssen und deswegen bin ich da noch ein bisschen von zurückhaltender begeisterung ja weizen wieder mit vollem volumen das heißt hier wird ordentlich abgefahren etc so dann schauen wir der weib mal nach den anderen sachen zum beispiel nach den tieren was da so los ist gut wir könnten hier mal eine ganze fuhrer stroh wieder rein fahren gott sei dank haben wir da ein bisschen am hof gelagert und es kommt ja auch neues stroh jetzt an immer noch so ein bisschen im hinterkopf den gedanken dass wir uns eine stroh halle dann irgendwann mal bauen sollten irgendwas so in die richtung bevor wir jetzt hier die neuen ballen pressen dann noch mal eben ein paar von den alten hier an die seite geräumt beziehungsweise in die kühe rein geräumt 18.000 liter milch ist wieder eine ansage ja und ein grund warum unser kontostand gegenwärtig halt so traurig aussieht ist ja dass wir eben sehr viel jetzt in die tiefe der produktion stecken dazu hat einer der kommentare geschrieben teilweise zurecht erwische ich mich persönlich immer wieder mal bei ach so ich wollte auch hier immer noch umstellen auf eckige kanten aber in der aktuellen cosplay-version ist die kursgenerierung kaputt dass ich dinge anfange dann dahin stelle und dann stehen die da und wenn ich irgendwie nicht so ganz genutzt ich sage sehr bewusst ich habe da ein plan im hinterkopf gerade für die für die folgen dieser staffel habe ich so grob ausnahmsweise mal so was annäherndes wie einen plan ja also einfach entspannen und genießen genießt die show wir überlegen was wir hier alles machen jetzt zum beispiel um die milch von den kühen zu bekommen wir haben die strohballen wir haben dass wir wir müssen mähen wir haben diese ganzen arbeitsschritte hier drin das wird jetzt an die kür geliefert dann wird es von der anlage verarbeitet die milch wird mit dem trecker zur molkerei gefahren und so weiter all das wir haben hafer geerntet für müßlich fabrik noch nicht steht aber im lager ist mir alles bewusst hat für you not glaube ich zumindest ich glaube auch die ganzen ballen passen gleich da rein so dann gehen wir mal kurz gucken das muss uns jetzt retten also wir müssen über 80.000 kommen für die zuckerrohrfabrik die wir bauen müssen wenn wir das zuckerrohr abbauen können ich würde sagen das ist gelungen da fangen wir die mal wieder zur spinnerei ja und er doch schon die erste ladung weizen drauf so war denn noch irgendetwas was wir im das war knapp war denn noch irgendwas was wir im juli verkaufen nö ne august september oktober haben wir noch mal oktober haben wir noch mal so ein paar sachen oktober november muss ich gleich mal auf meine schlaue liste schauen beziehungsweise kann ich ja machen während der hier das dauert ja immer so ewig bis das gestell hier weggekommen geklappt ist und ich muss ganz ehrlich sagen ich bin ja nicht selbst verliebt was eigentlich ein bisschen komisch ist ne ich glaube wenn man jahrelang im internet menschen unterhält die einem feedback geben dann ist das so eine gefahr glaube ich der man ausgesetzt ist ich persönlich habe ein wenig ausgeprägtes selbstbewusstsein wisst ihr ja so im oktober was juli august verkaufen wir irgendwas im august nö im september verkaufen war kleidung haben wir gerade gemacht und zucker in september in september interessant das zuckerrohr welches wir im september glaube ich auch ernten wir gucken mal kurz nach das ist nämlich gar nicht mehr wann das ist denn das erntereif neben oktober genau und im oktober verkaufen wir nämlich verkaufen wir nämlich milch würden wir verkaufen wenn wir sie verkaufen könnten rosinen wenn wir welche hätten butter und käse naja genau das würden wir nämlich damit machen dann würde ich sagen dass ich bis oktober noch ein bisschen käse produziere und hier packen wir mal die ballen da rein das werden ein paar zu viele sein aber den kühlen soll es ja auch gut gehen die gedanken mit der mit dem mist hatte ich glaube ich schon erwähnt mähen müsste ich auch noch mal aber das lassen wir jetzt erst einmal aber was ich wirklich gerne testen würde ist diese neue crossplay funktion und das ballen automatisch sammeln mit euch gemeinsam in dieser folge deswegen wer bis zum ende dran geblieben ist wird wie immer belohnt es wird wahrscheinlich auch eine klitzekleine überlänge geben so wie immer dran denken niemals auf einem autodrive kurs irgendwas stehen lassen so das wickeln und sammeln soll beides ja automatisch funktionieren da glaube ich nichts von das wickeln kann ich mir nicht vorstellen werden wir auch testen soll angeblich jetzt drin sein das wäre natürlich wahnsinn sowie wie das vom prinzip her funktioniert beim wickeln und sammeln er erkennt das feld und es gab mal es gab mal ein glasdrescher der hatte zum beispiel dass er automatisch die die stroh dings erkannt hat da war auch irgend so eine technik drin das heißt die technik an sich gibt es schon weiß nur nicht inwieweit die dann auch genutzt wird so also in der theorie funktioniert das wie folgt wir erstellen einen neuen job für das feld für das feld 41 42 und so weiter unser riesenfeld hier wir sagen wir nicht feldarbeit sondern ballen sammeln und wickeln ich glaube dass mit ballen wickeln nicht ballen pressen gemeint ist ja vom prinzip her funktioniert es so dass ich das dann als als arbeit auswähle aber ich glaube wickeln ist damit nicht gemeint das heißt hier müssen wir also beim pressen müssen wir noch klassisch ran aber jetzt einfach einmal um das jetzt zu zeigen werde ich mal eben ein zwei ballen von hand pressen wobei da jetzt auch noch ein heubal mit rauskommt das ist wirklich so schön aber was willst du machen weil wenn er die automatisch sammeln würde das wäre ja mal so richtig cool so das würde sie so machen hat natürlich auch den außerordentlich charmanten vorteil dass endlich mal diese ecken hier richtig mitgemacht werden sprachs und fuhr daneben war ja klar so dann testen wir das mal wahrscheinlich wird zwei ballen und wenn er noch ein drecher umfährt eh nicht funktionieren aber die neugier überwiegt ich bin ganz ehrlich so ich werde ihm auch ein ganz kleines bisschen helfen alright so also wie funktioniert das kein kurs keinen kurs haben wir nicht wir sagen äh ja genau so kurs ist raus genau ähm wir sagen job erstellen dann sagen wir ballen sammeln wickeln fahrzeug ist das wo wir gerade auch sind zielposition wir sind gerade hier vorne dann sagen wir mal ja wir helfen ihm ein bisschen ne gehen wir mal hier hin feldposition da so das ist angeblich alles damit er diesen ballen automatisch auf dem feld sammeln job starten kann so er hat jetzt die den anderen kurs gelöscht nutzt jetzt autodrive um zum ziel zu kommen ich bin so ein bisschen gespannt jetzt muss ich sagen weil das sind so sachen die ne man wünscht sich die seit jahren und dann irgendwann liest man in den kommentaren der besten zuschauer auf youtube der welt das sind die in meinem kanal übrigens ähm ey schon gesehen und man denkt sich nur so äh what tja so dann bin wir mal gespannt also er fährt jetzt aufs feld in die nähe von dem einstiegspunkt wie ich ihn genannt habe ich mache nix ich kann auch hier mal von meinem mikrofon ganz weit weg gehen mich zurücklehnen auch bisschen die füße und das mikrofon wer es vielleicht mag so mit füßen und so gibt es ja auch und äh den rest macht er jetzt ich mache nichts bin gespannt ok ich komme mal wieder ran damit ich ein bisschen näher an dir dran bin ich mache nichts ich klatsche meine hände das ist ja wahnsinn da wird ja der hund in der so oft zitierten selten erreichten pfanne verrückt sondern er hat sogar erkannt das ist der letzte ball auf dem feld ja bist du deppert ja was soll ich denn jetzt in zukunft noch machen oh man ist das cool und mit diesem tollen gefühl dass wir etwas fantastisches neues entdeckt haben das wird ja auch für das wickeln das funktioniert ja dann alles ah Leute ist das super ja was soll ich sagen es ist ja nicer dicer ne gut dann würde ich sagen ich ernte dieses feld weiter wir wissen jetzt um unseren finanziellen stand das getreide werden wir dann im winter wieder verkaufen wenn der beste weizenpreis ist und packen das so lange in den in den zug und dann sehen wir beide also du und ich wir sehen uns dann wieder wenn wir beginnen mit der zuckerroher ernte vorher ist noch was anderes zu ernten weiß ich gerade gar nicht wir gucken mal kurz in unseren kalender soja bohnen haben wir glaube ich noch gepflanzt was haben wir auf dem anderen feld so da ist unser zuckerrohr genau da ist raps der ist natürlich zu weit weg für die bienen und raps wird das ist immer wird auch jetzt gerne okay dann mach ich das auch noch ja bei den pressen sammeln kennt ihr schon ähm ja dann würde ich sagen die nächste folge steht unter dem oberthema zuckerroher ernten und zuckerroher ernten und ähm bin ich mal gespannt wo wir dann gelandet sind ich da wir das im oktober ernten würde ich noch mal ein bisschen milch zum bolgerei fahren und die produktion wieder auf käse umstellen da kann ich nämlich noch käse verkaufen und ja ich hoffe dann sehen wir uns in einer kürze wieder etwas längere folgen danke an die fantastischen unterstützung durch euren daumen der bringt mehr als ihr denkt eure kommentare auch die bringen auch mehr als ihr denkt schön dass ihr mich so unterstützt vielen lieben dank das ist nicht selbstverständlich ich freue mich und ja wir sehen uns dann hoffentlich in einer der nächsten folgen wieder macht's gut tschüss und bis bald